in der 1 warten 27 ja gut was ist jetzt passiert was ist jetzt gerade passiert wo habe ich denn jetzt gerade eine millionen plus gemacht was habe ich denn gerade gemacht wie ist das gerade passiert ich bin gerade ein bisschen perplex also im positiven perplex die strecke höher zu müssten wir elektrifizieren ich hatte plötzlich eine millionen bekommen habt ihr das gesehen oder war das eine einbildung von mir kann ich ja die millionen her wo sonst keine millionen herkamen muss ja bloß vielleicht war sie gerade guter zeitraum irgendwie hier machen wir noch ein begegnungsgleis hin ein ausweich gleis schon kommt man gar nicht mehr ins plus rein doch doch kommen kommen nä brauche bissel da den papa brauchen wir einfach so ach du scheiße ein icc und die city cargo leiner vor dann ist noch mal der zweite versuch zur elektrifizierung des abschnittes so so geht es natürlich nicht wenn das spiel pausiert wie fährt die linie fährt ihn plus wie fährt ihn plus schon wieder habe ich zu viel es läuft jetzt gerade so gut dass es sogar so gut läuft warum ist das kleine stück und elektrifiziert was ist denn das für ein scheiß ich glaube da alles andere elektrifiziert warum ist denn das denn nicht strommäßig unter Spannung gesetzt findet es ohne kann doch nicht sein komm klein wir noch mal hunderttausend an nur weil ich es jetzt kann so da fällt auch noch ein kleines stück drum wenn ich die güterlinie jetzt am laufen habe dann dann tun wir noch mal überall neue fahrzeuge in betrieb nehmen also wir müssen noch ein paar signale setzen und zwar brauchen wir hier erstens welche brauchen hier 1 ein tier 1 dann brauchen wir hier unbedingt 1 ein tier da wir jetzt hier mehrere züge drauf fahren block strecken signale auch gerade mal so schlecht und dann muss man kurz eine neue linie erstellen die von hier noch da geht und mal zu wissen wie die hinten verläuft aber besser kann seine gehen ich muss ja so setzen wir bloß noch mal e signal hierhin das passt so das ist in ordnung da kann man da würde ich nicht stoppen obwohl doch wir brauchen wir hier noch ins hin das könnte ich nicht aber hier setzen wir mal hier noch eins mit hin da komm scheiß drauf so hinten das und dann tun wir hier vor dem bahnsteig und dann heißt das die strecke ab sofort güter weißen fels oder weißen fels güter so die frage ist jetzt nur was setzen wir da drauf was setzen wir da zum besten drauf auf jeden fall das ding hier die güter waren die oder oder nehmen wir hier die container waren die sind die sind billiger man kann ja noch so ein prinks containerwagen mit reinhängen dann macht das zug auf jeden fall immer plus da setzen wir so ein prinks rein so ein prinks und so solche hier mal leiden uns jetzt mal wieder ein bisserl was an brauchen wir jetzt ja dann setzen wir eben so in waren zusammen mit den hier zwei drei und vornheran haben wir gekämpft mit dem look pfizer so schnell kann man sein geld verlieren jetzt war es wieder 1,2 millionen wird das gleich ganz schwer oder 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 ich drücke auf pause ja oder nehmen wir uns die look warte mal die fährt höchstlich 140 da können wir die diesellok nehmen das ist jetzt eigentlich egal ach komm fahren wir mit der linie zuweisen auf weißen felsgüter da muss auch auf jeden fall noch mal ein zweiter zug drauf den gucken wir uns aber erstmal an wie kannst du von schnell 100 na gut mal sehen wie sich das herausstellt bin ich erstmal gespannt wie der zug aussieht auf jeden fall macht er plus hier allein schon durch diesen container das ist geil also nächstes projekt jetzt nochmal noch ein container zug ja und zweitleisigen ausbau dieser strecke das ist ganz wichtig aber vorheriges projekt heißt erstmal busse für sangerhausen straßenverzüge kaufen 12 was dann halt erstmal nur einer auf sangerhausen 2 aber einer geht bestimmt gleich noch einer geht noch einer geht noch auf sangerhausen 2 so fährt jetzt auch schon mal ein bisschen besser her wie haben wir denn die letzten monate so viel plus gemacht das eisenbaut ne oh yeah kobra wer macht denn alles minus güterkreis güterkreiswald hat jetzt ein riesiges plus gemacht darüber kommt dieses zeug aber das kann ich mir gerade nicht vorstellen lückenwalde macht plus der fährt auch gut und ja lückenwalde straßen und waldbahn sind das ne hinten unten das sind doch unsere problemfälle aber ja weißen fels güter kommt jetzt gleich noch ein zug drauf wieviel braucht denn weißen fels eigentlich an güter 46 28 sind gedeckt aber fetzt mich schon irgendwie wenn da mal wenn die güterwachen mal alle voll sind der produziert noch nicht mehr aber da setzen wir noch einen zweiten zug auf jeden fall drauf wo er vorher und zweitleisiger ausbaut ja wohl wir können ja erst den zug drauf setzen und dann die strecke zweitleisig ausbauen aber